Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne, Milz? Mit ohne. Boah, Stefan, mein Magen knurrt so laut. Die Spracherkennung von meinem Handy hat schon wieder zweimal versucht, eine Pizza zu bestellen. Vernünftig. Pizza essen? Wer einen flachen Bauch haben will, sollte möglichst flache Sachen essen. Wenn abends der Lieferando-Bote kommt, rufe ich immer in die Wohnung, die Pizza ist da, damit der nicht merkt, dass ich die Familienpizza alleine mampfe. Anke, bei dir hätte ich gedacht, du fährst dem Pizzataxi immer entgegen. Einmal die Vier- und die Tiefkühlpizza hier. Momentchen mal bitte. Stefan, bei der Familienpizza sage ich aber jedes Mal, die sollen die Pizza in vier Stücke schneiden. So, so. Ja klar, ich würde acht gar nicht schaffen. Was denn? Also heute vor 70 Jahren wurde in Würzburg die erste Pizzeria Deutschlands eröffnet. Und seitdem heißt's, ob Hund, ob Katze oder Maus, Luigi macht ne Pizza draus. Stefan, Pizza ist immer noch besser als dein Lieblingsessen. Du hast ja jeden Morgen nen Clown gefrühstückt. Falsch, Anke. Ach ja? Wenn ich deine Preise sehe, hab ich dich gefressen. Mach 6.934 Euro, sammeln Sie Pizza-Hut-Punkte, haben Sie eine Wagner-Pizza-Card oder sind Sie im Döner-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.